Beratungen von Markus Bösch. Ich bin vom 9. bis 11. September im Tirol. Am Anfang bin ich auf Vomperberg, dann nachher Samstagmorgen in Lanz bei Innsbruck, Igels und auch am Nachmittag am Samstag sind Beratungen möglich. Also es gibt zwei Stunden Beratung Samstagmorgen, die frei sind und Samstagnachmittag drei Stunden, die auch noch frei sind. Ihr könnt euch anmelden auf 0041 79 821 1361. Sie melden sich an über das Telefon und erhalten dann den Termin für Samstag. Würde mich freuen. Und sonst ist Freitag die Lichtoase auf dem Vomperberg. Nun gut, melden Sie sich an für die Beratung. Würde mich freuen. Markus Bösch Markus Bösch Markus Bösch Vielen Dank.